Am kommenden Freitag um 19.15 Uhr ist es wieder soweit, die Rapid Viertelstunde auf W24. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mit dabei seid. Da gibt es unter anderem auch ein Interview mit einem Mann, den man nicht wiederkennt, der jetzt richtig gut drauf ist, der sich freut, dass es bei ihm recht gut läuft. Matteo Barac, und er wird so ein bisschen mit mir plaudern. Nach all dem, was mir passiert ist, bin ich mental stärker. Ich kämpfe, was am allerwichtigsten ist. Das muss ich in den Spielen beweisen, den Fans und vor allem dem Trainer. Und jetzt, tell the people, that they should be in this Rapid Viertelstunde. Tell them. So, people, please. No, please. Deutsch. Deutsch. Bitte. Bitte. Dann? Rapid Viertelstunde. Seid mit dabei. Seid mit dabei. In der Rapid Viertelstunde. In der Rapid Viertelstunde. Auf W24. Oh? Auf W24. Danke. Bitte. Na, du sollst Danke sagen. Aha, danke. Na, also. 19.15 Uhr, Freitag, mit dabei sein. Hier sieht mit dzi�. No, woativo. Oh, ich weiß nicht. Warum nicht? Nicht erann. DuMo. Ford. Aber ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Wie ist es noch nie.